Flauschige Überraschung für unsere DFB-Frauen. Als das Team von Martina von Stecklenburg gerade im Bus vom Trainingsplatz zum Mannschaftsquartier im australischen Wayong sitzt, tut sich plötzlich eine Känguruherde vor deren Augen auf. Da muss natürlich erstmal angehalten werden und natürlich müssen da auch zahlreiche Fotos und Videos gemacht werden. Dann der absolute Höhepunkt. Etwas fernab gesellt sich eine Kängurumama mit Baby dazu, Merle Froms und Co. werden dabei ganz emotional. Dass man sich so einer Kängurumama allerdings nicht allzu sehr nähern sollte, bekommt dieser Kameramann zu spüren. Erst sieht es aus, als sei sie ganz zutraulich, doch dann beißt sie zu und verschwindet im Busch. Abenteuer Australien abseits des Rasens in Wayong. Das Fußball-Abenteuer in Australien beginnt für unsere DFB-Frauen dann am Montag ab 10.30 Uhr deutscher Zeit im ersten WM-Spiel gegen Marokko. Ich glaube, Kopf und Beine sind gerade in einer Richtung. Wie geht das? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020